Der Ford GT90 ist konsequent auf neue Technologien ausgelegt und als Versuchsträger konzipiert. Er ist das erste Supercar des amerikanischen Automobilgiganten seit dem GT40 Mark III, dem preisgekrönten Rennwagen der 60er Jahre. Mit einer neuartigen modularen Antriebstechnologie können Segmente zweier separater Motoren miteinander verbunden werden. Das V12 Hybridwerk des GT90 liefert enorme 700 PS. Dank der vier Turbolader erreichen die Abgase oft die unfassbare Temperatur von über 800 Grad Celsius. Nur eine Isolierung mit keramischen Kacheln, ähnlich wie der Schutzschild eines Space Shuttles, bewahrt das Fahrzeug davor, einfach zu schmelzen. Infrarotsensoren auf beiden Fahrzeugseiten warnen den Fahrer, in ein anderer Wagen aufschließt. Fieberglas-Hochleistungsscheinwerfer und ein aggressiv wirkender, geschwindigkeitsgesteuerter Heck-Spoiler prägen das bedrohliche Äußere des GT90. Das gekauerte, flache Profil des GT90 gibt klar zu verstehen, dass dieses Auto auf Geschwindigkeit getrimmt wurde und dass Ford wieder eine Größe im Supercar-Bereich ist, mit der man rechnen muss. Das V12 Hybridwerk des GT90 Die Idee hinter dem Ford Indigo war, das Fahrvergnügen einer Rennstrecke auf die Straße zu übertragen. Heraus kam ein extrem starker, wendiger, zweisitziger Roadster, der neben modernster Technik und Aerodynamik auch starke Anleihen bei Design und Konstruktion der Indica und Formel 1 Wagen aufweist. Mithilfe der englischen Firma Rayner Racing Cars wurde das Konzept des Indigo in nur sechs Monaten verwirklicht. Sein aufregendes Styling verrät ein aggressives Rennauto mit exzellenten Sportwageneigenschaften. Die auffälligen am Spiegel montierten Fiberglass-Scheinwerfer für noch bessere Sicht bei Nacht und die Flügeltüren öffnen sich nach oben, damit der Fahrer ungehindert in das Fahrzeug hinuntersteigen kann. Das schwarze Ledercockpit ist auf Fahrkomfort ausgelegt, macht aber auch Anleihen bei der Formel 1, wie die Schaltknöpfe auf dem Lenkrad, die Vierpunktrenngurte oder die rennmäßig gestalten Instrumentenanzeigen verraten. Als Antrieb kauert im Heck des Indigo ein speziell für diesen Wagen entworfener V12 mit 435 PS, der schon 1000 Umdrehungen pro Minute erstaunliche 75% des maximalen Drehmoments bereitstellt. Mit seiner schlanken, aggressiven Kontur hat der Ford Indigo das Zeug zu einem Klassiker. Mit seiner schlanken, 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 schlanken und schlanken. Ford entwickelte den aufsehenerregenden Mach 3 als rasanten Roadster in fantastischem Design, packte jede Menge Power unter die Motorhaube und gab ihm einen verheißungsvollen Namen. Das alles versprach unvergleichlichen Fahrspaß, ein Versprechen, das sich problemlos einhalten ließ. Das Design des futuristischen Mach 3 ist angelehnt an das der Mustangs aus der Vergangenheit, inklusive des Original 1964 Ponica. Und wenn Sie genau hinsehen, werden Sie kleine Hinweise auf das Mustang-Erbe entdecken. Den offenen Kühlergrill, die Heckleuchten, die Luftschlitze und das Lenkrad. Aber alles andere an diesem Traumauto stammt aus den 90ern und ist ultramodern. Die Konstruktion aus dem Hochleistungswerkstoff Kohlefaser und die Windschutzscheibe erinnern mehr an einen Düsenjet als an ein klassisches Auto. Der Mach 3 besitzt einen Hybridantrieb und kann somit entweder mit Benzin oder mit M85, einem Gemisch aus 85% Methanol und 15% unverbleitem Benzin oder mit einer beliebigen anderen Mischung der beiden Komponenten betrieben werden. Die modellierte Linienführung unterstreicht das topaktuelle Aussehen dieses Traumwagens. Ein Mustang wäre kein Mustang ohne einen extrem leistungsstarken Motor und das gilt auch für den Mach 3. Die optimale Motorenleistung wird durch einen Bordcomputer gesteuert. 6,6 Liter V8 Maschine mit 4 Nockenwellen und Turbolader Intercooler holt aus dem Boliden solide 450 PS über ein Kaltstrom-Ansaugrohr heraus. Steigen Sie ein und bringen Sie das Traumauto in weniger als 25 Sekunden auf 100 Stundenkilometer. Und bereits heute werden Elemente des Ponycars als Konzept für die aktuelle Mustang-Reihe aufgenommen. Werden wir eines Tages vielleicht doch einen Mustang mit einer Kohlefaserkonstruktion sehen? Das ist mehr als wahrscheinlich, wo wir auf der Jahrtausendwende näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der geduckte Jaguar XJ 220, ursprünglich als Prototyp entworfen, der die unerhörte Geschwindigkeit von 220 Meilen pro Stunde erreichen sollte, hat den Sprung vom Design-Traum zu einem der schnellsten Serienwagen der Welt geschafft. Das bildschöne aerodynamische Styling des XJ 20 ist deutlich inspiriert durch so legendärer Klassiker wie die C und D-Types, den seltenen XJ 13 und den berühmten XK-E. Wo viele Supercars sich auf Kosten des Komforts ganz auf Leistung konzentrieren, geht der XJ 220 keine derartigen Kompromisse ein. Unter seiner kurvenreichen Haut steckt das traditionelle Jaguar-Lederinterieur, aufgewertet durch edle Extras wie elektrische Fensterheber und Klimaanlage. Der fauchende 542 PS V6 Motor des XJ 220 geht auf den JV6 Twin Turbo Rennmotor zurück und ermöglicht der Raubkatze den Sprung von 0 auf 100 in weniger als 4 Sekunden. Als gemessene Höchstgeschwindigkeit stehen 342 Stundenmeter im Stammbuch. Der XJ 220 ist nach wie vor eines der großartigsten Supercars der Welt. Mit seinem stromlinienförmigen äußeren und seiner hervorragenden Beschleunigung bietet er ein wirklich aufregendes Fahrerlebnis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Lotus GT1 basiert auf der ursprünglichen Technologie seines zweisitzigen Vorgängers Liese und bildet die straßentaugliche Version des neuen Lotus GT Rennwagens. Der GT1 ist mit knapp über einer Tonne extrem leicht gebaut, beherbergt unter seiner Haube aber die gleiche 350 PS V8 Maschine wie der Lotus Esprit. Der in Form und Funktion höchst elegante GT1 verkörpert viele der neuesten Entwicklungen von Lotus, wie etwa ein Chassis aus Epoxid-gebundenem Aluminium-Material oder Aluminium-Matrix-Scheibenbremsen. Nur durch die Verwendung dieser Leichtmetall-Bauelemente statt des üblichen Stahls und durch eine drastische Verringerung der Bauteileanzahl mit Hilfe von einteiligen Gussstücken konnten die Ingenieure das geringe Gewicht des GT1 erzielen. In Verbindung mit dieser Reduzierung schafft es der rennerfahrene V8-Motor in wenigen Sekunden seine Spitzengeschwindigkeit von 314 Stundenkilometern zu erreichen. In Verbindung mit dieser Leichtmetall-V8-Motor Der Lotus GT1 Der Esprit V8 ist eines der leistungsstärksten Straßenfahrzeuge von Lotus und zugleich eines der leisesten. Als zweisitziges Evolutionsmodell des 1975 in Paris vorgestellten Esprit wird der V8 von einem neuen, kompakten, aber trotzdem bärenstarken 350 PS-Motor angetrieben, der erstaunlicherweise nur ebenso viel Platz einnimmt wie die früheren Vierzylinder-Triebwerke von Lotus. Der Esprit V8, der in 10 Sekunden von 0 auf 160 Stundenkilometer beschleunigt, ist nicht nur schnell, sondern besitzt auch exzellente Handling-Eigenschaften, eine Tugend, für die Lotus-Automobile generell berühmt sind. Mit seinem Preis von 139.900 Mark ist der Esprit V8 ein erfrischend günstiger Einstieg in die Klasse der Hochleistung Supercars, der in seiner Typkategorie zudem noch eine neue Messlatte für Leistung und Treibstoffverbrauch setzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017